Hallo, heute haben wir den Skaff gelernt. Genau, der Skaff geht folgendermaßen. Wir haben einen Schritt auf den rechten Fuß und dann haben wir das Gefühl, wir haben Kerbsblätter vor uns und die kicken wir weg. Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick, Schritt, Kick und eins und zwei und drei und vier und wir schnipsen, klatschen, was auch immer ihr wollt auf dem Offbeat. Auf und heißt, wir gehen tief, lassen uns reinfallen und reinfallen und reinfallen. Eins und zwei und drei und vier und. Sieben, acht, Kort, 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 Kort. Okay. Musik